Ja, ich war hier auch. Das hat mich gefreut, gell? Ja, danke. Ich weiß nicht, dass ich morgen den Geflag ist. Ja, ich bin normal. Wenn wir nicht ungeimpften, dann bin ich ja bei Uplay aufzusehen. Also, könnt ihr mich anschauen. Okay, passt. Alles gut. Servus, gell? Schönen Abend noch, gell? Ciao, ciao, ciao. Redet alle, redet alle. Ooh, 15 sek bis zur Trennung. Ja, hab ich auch grade hier, legt mich fett. Komm, jetzt hin runter. 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 4... 2... 3... Abholung der Lieferung, Distinktaufnahme. Wir können es jetzt an Bord holen. 15 Sekunden. Aufnahme gesichert. Ja Freunde, das war's. Und wie ihr gesehen habt, man kann auch gut multiplayermäßig spielen. Und ich sage Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bleibe halt. Meine Güte, 3% ist doch die Idee. So, bin da. Der bleibt jetzt bei 98% beim Bestehung. Was ist los hier? Ah, jetzt. Warnung. Sie betreten die Dauer. Dann ist das nur bei 10% und dann geht das los bei mir. Aber das sind keine Masern. Und so funktioniert die Welt auch nicht. Ich will erstmal Mut. So, ich komme jetzt raus. Nicht, du bist jetzt nicht mehr drin. Was? Sieht nämlich grad so aus. Ne, du bist noch drin. Das ist keine DZ-Übereinstimmung, sagst du mir mal. Ja, stimmt. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Was läuft denn da jetzt schief? Wie findest du dich in einer anderen DZ-Spieler-Klasse? Ich spiele woran das liegt. Das Level ist das. Das ist das Level. Welches Level habt ihr denn? 8. Ich hab 10. Ich hab 8. Na, DZ-Level hab ich ja 11. Was ist denn DZ-Level? Aber das normale Level. Das DZ-Level ist das lila und das normale ist das orangene. Ich hab 8 und 7. Ich kann bloß nichts dranhängen. Mein eigener Helikopter und ich kann nichts dranhängen, ja. Das heißt, ich muss mich erstmal aufleveln, quasi, damit ich wieder reinkomme, oder was? Ich glaube. Ich hab bloß gestern in der Nacht noch diese komischen Singleplayer-Missionen alle gemacht. Die hab ich auch noch angemacht. Ja, die hab ich alle fertig gemacht, aber ich level ab. Oh ja. Fast synchron. Ja. Das haben wir auch irgendwie blöd gemacht dann, oder? Mit Spielen Angriff. Am Level wird das ideal seit... Seitdem ich Level 8 bin, habe ich bloß noch Level 8 Mitspieler. Kein anderes Level mehr gesehen. Ja, los. Dann werde ich mich erstmal alleine durch die Welt boxen. Ja. Von denen lassen wir uns gar nichts vor. Oh, das war auch von den Gedanken, genau. Wo? Na guck mal, die Totenköpfe da sind. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die noch kriegen. Ich glaub, die gehen schon drauf. Da oben sind auch noch Tommelge. Ja. Jawohl, das kommt nämlich ordentlich aus. Jetzt kommt die Ahnung, wie der Strick kommt. Also wenn man das meiste was wirklich der meisten bringt ist wirklich diese Abtrünnigen zu töten. So jetzt würde ich sagen wir rennen mal zu den Abtrünnigen. Ja, boah ich hab'n M.P. von, ja, natürlich nicht. Das ist relativ ungenau aber... Ja aber die verreißt dann schön ne. Ja ist auch eine grüne Waffe, also grüne Waffen besitzt sich nicht mehr auf. Ich auch nicht. Auch kaum noch, also bei mir kommen jetzt schon die Waffe. Okay. Da ist ein Abtrünniger. Aber ist schon vorbei die Zeit. Nee, die sind auch mehr. Oh ne halben Stunde hast du die Mission glaub ich durch, Frank. Oder 20 Minuten oder solche. Oh, ich bin nicht mehr da. Welche Mission denn? Ich hab' doch alle gespielt. Gibt es noch ne neue Mission oder was? Du musst noch mal auf diese Nebeneinsätze da gehen. Auf diese, die Typen die dir noch mal Aufträge geben können. Wie zum Beispiel da unten am Marktplatz da. Also am Haufen. Wo ist denn hier ein Haufen? Achso, das heißt ich muss den Solo-Player erst mal rein, ja? Ja, das bringt erstmal ordentlich was. Hast du aufgenommen? Ja. Super. Hinter uns. Ne, doch nicht. Alter. Ich hab ne Blüthwunde. Oh Gott, der hat ordentlich Waffen. Ja. Kannst du mich heilen oder so? Ich hab gerade einen verschossen, sorry. Kein Problem. Dann warten wir einfach. Oh nein. Aber ich bin abtrünnig. Ich hab gar nichts gemacht. Aber ich. Weg rennen oder was? Wir müssen versuchen weg zu rennen. Wir sind knapp hier auf der Strecke. Lass mal hier bleiben. Wir sind bei uns glaub ich. Okay. Lass bleiben, wir schießen uns ja nicht ab. Okay. Da hinten ist noch einer. Warte mal. Der guckt da los gleich in der Ecke. Lass ihn gucken. Ich will erst mal die Zeit runterlaufen lassen. Achso, darfst du denn schießen oder was? Dann stockt das wohl auf? Ne, ich weiß es nicht. Ja, dann stoppt das glaube ich. Ja, ich glaube dass das deckt sich dann wohl hoch auf mehr Sekunden. Und wir kriegen ja auch Geld jetzt, wenn wir den Level überstehen. Deswegen immer schon Deckung halten jetzt so lange. Dann kriegen wir auch wieder. Ich gucke in die andere Richtung. DZ-Währung. Ja, ist gut so. Wenn der Typ hier kommt, dann ist er weg. 20 Sekunden. Hinter uns. Da kommt gleich 5-6 Leute mit einem mal, Alter. Ah, nicht mal. Die sind auch abtrünnig jetzt. Ich habe die gerade weggemossert oder so alle. Ich bin down. Naja, ich bin down. Ich habe 5-6 Mann oder so. Ja, die habe ich alle gerade weggemossert. Die sind alle tot. Nice. Ich bin tot. Ich bin tot. Der Typ hier hinten hat gewartet. Ich bin tot. Der Typ hier hinten hat gewartet. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Wir hätten da safe schon. Dann musst du eine andere Straßensperre rausgehen am besten. Da kommst du auch in die safe schon. Ja, da bin ich gerade hin. Aber da war ich wohl tatsächlich in der Fall zu, wo ich reinkomme. Da hast du auf der Karte immer so Punkte, die so verschiedenfarbig markiert sind. Und dann kriegst du XP für. Wenn du da drauf gehst mit dem Corso, dann zeigst du dir das an, was du da kriegst und so. Und die mussten halt, das sind bloß drei oder vier Stück glaube ich sind. Wenn du die fertig hast, bist du schon in Rang 8. Achso. Ja, vielleicht ist eine Nacht gemacht oben. Also irgendwie drei, vier oben oder so. Nichts GTA oder was? Ja doch, ich habe ein bisschen GTA gespielt in zwei Stunden. Oh, eine schöne Woche. Ich hole mir erstmal neue Muni bevor ich rausgehe. Ich hätte es auch noch schaffen können, dass ich den hinten da getötet. Mann, ey. Ja. So. Auf der Karte sehe ich euch beide ja wieder, ne. Das ist Einsatz sehe ich hier. Da gehe ich mal hin. Einsatz. Steht denn da? Steht denn da? Blitzreise, Spielersuche, die lokalen Stromausfall. Die Einsatz hast du bestimmt schon gespielt glaube ich. Den habe ich schon gespielt. Ja, da musst du gucken, da sind irgendwo noch so andere Punkte auf der Karte. Ja, so eine violette Werkzeug, Elektroteile. Ja, da gibt es schon andere Punkte. Da musst du mal gucken drauf gehen und dann zeigst du dir erst an, was du da an XP kriegst. Ich glaube neben der Operationsbasis waren glaube ich zwei Punkte. Direkt und wenn du da hingehst, dann kriegst du dann so eine Mission, dann so einen Auftrag halt, wo du dann XP kriegst. Okay, passt. Ich werde jetzt erstmal, wenn ich schon hier drinne bin. Hier fliegt ein Hubschrauber bei mir. Hier sogar in der Zone. Geil. Cool gemacht. Danke. Sie haben mir Grund gegeben durchzuhalten. Das wird der Hubschrauber sein, der jetzt gerade zur Bergung kommt. Das kann schon sein, aber es wird cool gemacht, dass der auch hier rumfährt. Ja, der Hubschrauber. Ja, das haben sie gut gemacht, dass der irgendwo startet. Und dass man so sieht, dass der auch da wirklich ankommt, ja. Richtig, ja. So. Wir könnten ja mal abtrünnig werden und dann versuchen, nahe von Unterschlups, äh, äh, Untergrund halt abtrünnig zu werden und dann runtergehen. Da hast du nämlich die beste Verteidigung. Die Frage, oh hier oben sind ganz viele abtrünnig. Das wäre eine, das wäre eine Idee, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Eins, eins was mir noch fehlt ist, man hat ja gar keine Taschenlampe oder Lifter oder so. Ne, irgendwie nicht. Ist mir schon aufgefallen. Drunter gesprungen. Die kriegen wir, die kriegen wir. Na klar, ich will Snapper raus. Toll. Jetzt kann ich das nicht mitnehmen. Ob ich das erwischt, Alter, what the fuck? Weil mein Inventar voll ist. Jawoll, hast'n. Oh, muss ich mal wieder beleben machen. Ja, der irgendwie, dieses komische Schütz, was da eigentlich steht, hat mich weggeholzt. Egal, wir haben sie ja. So. Ja, Level 10 macht sich schon gut, oder? Du bist bestimmt schon 11 im DZ war. Übergeht nicht. Ja, was das Schlimme ist, dass das alles, weil er resettet wird, finde ich immer in Schale. Also wenn jetzt der Release kommt von den Spielen. Ich spiele das jetzt zum zweiten Mal schon so. War ja bis 12. Hat aber auch schon alle Goldwaffen gehabt. Bei Rainbow Six zieht's aber was hinaus, sag ich mal. Braucht alles weg. Ja, das... Ich hör heute noch, da bin ich jetzt Level 40. Was ist das denn? Ich hab doch geschossen hier, das scheiß Ding. Warte, ich komm rüber. Ja, komm rüber, bitte. Ja, mir ganz lieb. Oh ja, das sind gute Sachen. Runter. Zack. Ja. Ja. Das war's, ich bin. Ich war's, ich bin. Die Menschen sind gut, wenn du siehst. Das ist süß. Das ist Energie. Zieh das mal. Ich bin. Das ist das. Du holst. Ich pack das. Ich höre das auf dann. Ein Schokonippel, was für ein Name. Moderner Nackenwärmer, jetzt geht es auch los. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ja, das habe ich schon abgespielt, dass wir das kennen. Dann lass den mal holen, hoffentlich kriegen wir Sorge. Wir wissen ja noch nicht, dass wir hier reinkommen. Da ist vier Stück, ja. Du musst aufpassen, dass ich keinen anderen treffe, ey. Ja, ich wünschte, ich könnte selbst da raus. Geh andersrum hoch. Ab in. Ja, ich hab die Vorlage gemacht, ich hab den weggekloppt, als er es auf dem Boden rumkraucht. Der andere haut ab war. Ist runter gesprungen. Rent weg. Womit kann ich sie glücklich machen? Ja, sehen. Ich geh mal noch. Der rentt allein weg. Hier sind nur noch KIs. Aber der Abtrinke ist mir wichtiger jetzt. Ja, hinterher los. Eine bessere Auswahl gibt es nirgendwo. Schau mal, die Kinder mit der Knorre. Fließen sich die Finger weg. Der kommt vorne raus. Das ist ja ne Raum, wo wir eben Feuer drin waren, wo wir die KI weggeholt haben. Das war rausgerannt. Oh, der war fast dauernd. Kampel rein, glaub ich. Ne, rein weiter. Dauernd. Der packt hier noch so rum. Jetzt nicht mehr. Ja. Viel Glück da draußen. Jetzt ist ja endlich mal was los. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Nicht lange und Sie sind wieder da. Wir müssen diese Basis von der Planung sicher machen. Ich will sie nicht aufhalten. Oh, da geht's abtrünniger. Hinter. Hinterher. Die sind da oben. Die sind da oben. Kriegen wir noch. Aber, ne, oder? Der hat noch was verloren. Ist er tot? Nein, nein. Der hat noch was verloren da anscheinend. Da ist noch eine Schütze oben, wenn du da ankommst. Was? Da ist eine Schütze oben. Der ist unten bei der Treppe. Der ist unten bei der Treppe. War eine Mine. Die sind bei der Treppe unten. Der ist unten. Die werden weg. Wir werden weiter. Wir müssen einfach durchhalten. Gehen wir auf. Passen Sie da draußen auf sich auf. Oh, das war knapp. Schon wieder einen Falschen angeschossen. Hey, sehen Sie sich die Ware an. Jawoll. Die haben noch immer auch schon tot, ne? Wenn man die Server tötet, dann kriegt man mehr IP-Wand. Ja. Ja, da hast du auf dem Boden rumgekauft. Da hast du noch drüber geschossen, aber da sind wir auch schneller gewesen mit dem Wegkloppen. Teufel damit. So, ich möchte jetzt erstmal klar was essen gehen. Ah, streng B, ja. Ja, erstmal ausloggen. Ihr seid ja sicherlich nachher noch da, aber ich weiß ja nicht. Ja, ich muss ja jetzt irgendwie mal sehen, dass ich mich erstmal auflevelge. Genau. Ich weiß nochmal, ob es hier was gibt. Es sind vielleicht nur drei oder vier andere Missionen, die man da machen kann. Denn das ist eigentlich schon mit Level 8 passiert. Ich sehe außer Missionen, ich sehe nur, dass ich Teile sammeln kann. Und meine, sie sagen aber, mein Rucksack ist voll. Ich kann nichts mitmachen. Oh, hier Abtonnecke, die kann man noch rein. Also müssen so verschiedenfarbige Punkte angezeigt sind da in der Nähe. Ja, so ein blauer und grüner. Ich habe nur violette Punkte. Blau und grüne Punkte. Ich habe sonst nichts hier, wirklich nicht. Ich habe verschlossene Tür, da kommen wir ja nicht rein. Ich habe nur Waffenteile, was habe ich noch? Stoff. Elektroteile. Was habe ich hier? Werkzeug. Endless Down. Ah, ich muss nachladen. Leck mich am Arsch. Hab einen, glaube ich, oder? Ich glaube, ich muss meine Items erstmal loswerden hier. Den habe ich nochmal ordentlich angehittet. Das ist schon wieder aufgehealt, ey. Warte mal kurz, Missionen. Ja, da ist eine Sackgasse gelaufen. Schließen ab, wenn du ihn triffst. Ja, ich will Sniper raus. Ich habe einen Hit. Das habe ich angerufen, ey. Ja, noch ein Hit. Nice. Ja, wieder wohl ein anderer Typ, oder? So, muss jetzt aber raus. Bis später. Ja, guten Hohen. Ich fliehe sie an, bitte. Ein Agent hat ihr Team verlassen. Ja. Ja. Hm. Ja, da bin ich. Ja. Ja, da bin ich. Und da bin ich. Meine blumen, ich bin das. Und hast du schon was gefunden? Ich finde keine Punkte, tut mir leid. Da gibt es nichts Gelbes und nichts Grünes bei mir. Entweder weil ich sie schon erledigt habe. Ja, aber irgendwie muss man noch auf Level 18 kommen, also wir waren nicht noch alle da gewesen. Ich habe für jemanden die See gebeten. Also Bergzeug und sowas zeigst du mir noch alles an. Hast du schon alle gespielt? Wie? Alle Missionen? Schon lange. Schon lange. Aber dann müsste es doch eigentlich Level 18 sein, weil mir hat es ja auch geklappt. Ich habe mir jetzt sogar nur Missionen anzeigen lassen. Bis auf die Werkzeugteile und so zeigt er mir nichts an. Okay. Ist doch kacke. Verstehe ich denn, warum wir nicht Level 8 schon besorgen? Ich war ja gestern auch die ganze Zeit siegen. Ja, in der Nacht habe ich die paar Missionen noch gemacht, die Handvoll, die da waren. Hey, ich dachte sie sind... Dann war Level 8 gewesen. In der Singleplayer-Dings. Ja ja, im Singleplayer-Ding. Vielleicht werden sie dir nicht angezeigt, weil wir uns jetzt willst noch, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich die schon erledigt habe, wirst du, dass es vielleicht jetzt nicht anzeigt. Ich habe keine Ahnung. Was ist das da für ein Punkt? Was ist denn das jetzt da für ein Punkt? Da stehe ich gleich mal raus und gucke mal am IGDA-Rinde. Kannst du vielleicht mal gucken, dass die da drin ist. Was ist denn mit der verschlossenen Tür? Was ist denn mit der verschlossenen Tür? Welche denn? Da gibt es ein rotes Ding, da steht verschlossene Tür. Da wo du jetzt gerade bist, ne? Die Quarantäne da. Ja. Ja, das weiß ich nicht. Da war ich auch nicht. Ja. Dann geh mal ein Essen und vielleicht zeigt er mir dann was an. Das kann natürlich sein, wenn ihr das schon erledigt habt. Ja. Dass das bei dir nicht angezeigt wird, ne? Ich warte aber, ich gebe bloß noch kurz das Paket ab und dann. Was ist denn der Belohnungshändler? Was ist denn das? Da kriegst du bestimmte Belohnungen, ja, denke ich mal. Von irgendwelchen Belohnungen, da kannst du da was auch auszahlen lassen vielleicht. Aber hier zeigt er mir etwas an, was er mir noch nicht mal auf der Karte anzeigt. Das finde ich schon merkwürdig. Was ist denn das? Okay. Was ist denn... Ja, ganz komischer Punkt. Der hab ich vorher noch nie gesehen. Da geh ich jetzt mal hin. Ich weiß gar nicht, was das soll. Und was ist hier? Das ist ja merkwürdig. Was ist denn das hier für ein Bogen? Ich hab einen Überlebensratgeber gefunden. Das ist super. Ich bin begeistert. Ganz ruhig. Ich bin nicht ihr Feind. Ja, ja. Du bist nicht mein Feind. Sagst du Bescheid, wenn du draußen wieder rausgehst? Ja, ja. Es ist gleich soweit. Der Helikopter haut jetzt schon ab mit die Bahn. Was ist echt... Ich bin begeistert. Und dann steigen uns nach rechts. Und dann kannst du dich gut rein. Und dann kannst du dich dazu an. Vielen Dank.